. 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 Applaus Go 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 Schöpfe! Schöpfe! Ja! 11, 4 Schöpfe! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 8, 7, 6. Stop! 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 Applaus 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 Jossi Applaus Applaus Jossi Applaus 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 L pone AdЭто 1 2 2 3 2 3 8 10 10 8 Und wir haben hier der dritte Semmel auf dem Programm stehen und hier aus dem Berg Israel den Uli Almor gekunnt hat, den er nicht am Wohltag hinterfohlen kann, auch für euch. Es ist nicht so gut, also der dritte Match in Nordrhein-Westfalen sind wir als Köln-Equip hier spielen und wir begrüßen uns zusammen den Heil von Nessel. Applaus 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 Applaus